Dann kamen die dann nicht mehr und dann hast du natürlich nachgefragt, was ist denn los, damals war ich ja auch noch ein kleiner, hab da einfach ganz normale Ausbildung gemacht im Bereich Nachrichtentechnik. Ja, nee, die kommen nicht mehr, die sind also für die Bundeswehr nicht übernommen und dann war das Thema durch. Im Nachhinein war es dann meistens irgendeine Sache mit Stasi-Akten oder GAUK-Behörde, aber unterm Strich betrachtet vom Soldatischen her... Hatten wir also jetzt von der Ausbildung oder beziehungsweise vom Know-how, gab es da keine großen Unterschiede? Naja, unsere Technik ist natürlich schon ein bisschen fortschrittlicher gewesen. Das, was damals in der DDR zur Zeit der großen Wende war, war halt doch sehr stark abhängig von der russischen Technik, die robuster war, aber auch ein bisschen schwerfälliger. Und wir waren damals eigentlich schon auf dem Weg immer mehr besser, feiner, schöner, teurer und dafür dann nicht mehr so viel. Aber allein im Bereich der Computer prallen, damals prallten da auch schon Welten aufeinander. Das muss man einfach mal so sehen. Jetzt habe ich so eine schöne Frage gehabt. Ich meine, höre ich aber immer zu, was der andere sagt, dann vergesse ich das immer, was ich fragen wollte. Ich habe so eine schöne Frage gehabt. Jetzt ist die Frage weg. Wie ist denn das, als Oberstleutnant, ich meine, mir sagt das jetzt gar nichts. Was kommt denn da drunter? Drunter? Major, Hauptmann, Oberleutnant. Ich kenne nur den Witz vom Hauptmann, was kommt vor dem Major? Vor dem Major? Unter dem Major? Der Hauptmann. Genau. Dass der Hauptmann Schloch niemals Major werden wollte. Warum? Weil er sich bei einer Meldung immer melden hätte müssen mit Major Schloch. Ich kann genau zweieinhalb Witze. Und jetzt habe ich endlich einen angehoben. Und das bei einem Oberstleutnant von der Bundeswehr. Ich habe gesehen, also das ist großartig. Endlich lacht einer mal über meinen Witz. Und er hat nicht gekannt. Das kann ich den anderen nicht erzählen. Dann müsstest du mir einen Teppich machen. Sprich halt einmal über Tiere. Über Tiere? Über Tiere? Nein, da kommt man nicht. Nein, über Katzen hätte es sprechen müssen. Man hätte sich meinen Katzenwitz erzählen können. Über Hunde, aber nicht über Katzen. Siehst du, dann kann ich den Witz doch nicht erzählen. Aber ist egal. Ich finde das Bild übrigens jetzt sehr schön, wenn wir mal den Monitor schauen. Wir haben das extra da hinmachen lassen. Schon, gell? Wir lassen uns das was kosten. Also das ist schon dieses dobenähnliche Gebilde. Schön. Wir unterhalten uns momentan mit Herrn Oberstleutnant Andreas Störmer. Störmer. Also eigentlich, wie ist denn das? Das hat man heute auch schon zu tun mit zum Beispiel Gülem Üplaps in der Bundeswehr. Also irgendwie türkischen Mitbürgern. Klar, logisch. Gibt es da irgendwelche verschiedenen Auffassungen? Das würde mich immer interessieren. Wenn einer Moslem ist und es ist Angriff und er hat noch nicht gebetet. Kann es sein, dass der dann auf einmal irgendwo auf dem... Fällt aus. Fällt aus. Das ist das, was du vor Angang gesagt hast. Also selektiver Gehorsam ist nicht. Also wenn Angriff ist, ist Angriff. Okay, man kann also sich nicht irgendwo rausreden und sagen, Herr, jetzt haben wir gerade Weihnachten und ihr... Genau, und jetzt muss ich fünfmal am... Nee. Also da kann man vergessen... Also da muss man schon kleine Rücksichtnahmen auf das dienstliche Ablaufprozeduren... Das muss man schauen. Wenn man in Afghanistan war, ich glaube ja, dass das ein ganz hervorragendes Volk ist. Also nicht umsonst uralte Traditionen und das... Also bis vor 50 Jahren hat es da Städte gegeben, wo seit 300 Jahren keiner reingekommen ist. Und kriegt man da was mit von dieser gewachsenen Kultur, die vielleicht jetzt ein bisschen durcheinandergebracht wurde. Aber kriegt man was mit von diesem wunderbaren Menschenschlag oder nicht? Wenig. Weil du siehst ja nur noch Ruinen. Das ist leider so. Du siehst mit der Masse nur noch Ruinen. Und wenn du mal irgendwo abseits der Straße was siehst, kannst du nicht hin, weil es alles vermint ist. Und das ist unangenehm. Du weißt heute nicht mehr, wo die Minen alle liegen. Afghanistan ist ja eins der Länder, wo mit am meisten Minen verlegt worden sind. Und du hast ja ständig irgendwelche Minenopfer da unten. Auch wenn du da unten durch die Straßen gehst in Kabul, weißt du, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr sehen. Vor allem die Kinder, das ging mir echt nahe. Wenn du dann die Kinder siehst, ohne Arme, ohne Beine, die da über die Straße gehen, die klassischen Minenopfer. Du hast ja selber Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, ja. Also wollte ich auch mal fragen, wie stehen die dazu, wenn der Vater immer an die Orte fährt, wo es brennt und wo es passieren könnte, dass er nicht mehr kommt? Wie redet man da dran? Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich habe mir abgewöhnt, die ganzen unschönen Dinge zu erzählen. Denn wenn du unten bist und telefonierst, helfen können sie dir nicht. Du machst sie daheim nur verrückt, weil das wird dann immer schlimmer. Die haben dann fürchterliche Angst. Also habe ich mir angewöhnt, die letzten Jahre meine Scherze zu machen. Das ist auf der einen Seite vielleicht sogar ein bisschen entspannender für die Familie. Auf der anderen Seite entsteht dann häufiger mal der Eindruck, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Es ist ein Spagat. Es ist ein Spagat, den jeder für sich entscheiden muss. Ich habe Leute erlebt, die haben mit Steinchen an die Scheiben von der Telefonzelle geworfen. Ich stand an der anderen Telefonzelle und habe gesagt, Schatz, jetzt schießen Sie wieder, hörst du es? Ich musste so lachen. Ich musste ehrlich so lachen. Dann habe ich den Typ angeschaut, der ist rot geworden wie eine Tomate. Da habe ich ihm ein wenig den Vogel gezeigt. So nach dem Motto, geht es noch? Das ist das andere Exemplar.